Wo kann ich lang? Da könnte ich lang. Und was ist noch hier? Ach, da ist gar nichts. Dann gehen wir... Ach komm, wir gehen weiter nach unten. Warum auch nicht? Ich meine, da ist immer alles so toll. Das ist echt die... Boah, okay. Ne. Und runter mit dir. Das sieht sehr abgespackt aus. Ich habe ja immer Angst, sie umzuschauen. Was ist da? Äh, ich mag kein Flackern. Ich mag kein Flackern. Mögt ihr Flackern? Ich glaube nicht. Nur mal Flackern. Oh, warte. Ich habe gleich keine Taschenlampe mehr. Hallo. Das war so ein Zuckel. Okay, erstmal die Taschenlampe wieder aufladen. So. Die sah aber echt aus wie so ein Zuckel oder so. Die war noch kleiner als... Komm, hoch mit dir. Checkpoint wird gespeichert. Was denn auch sonst? Ich hatte gerade richtig Schiss, mich hier umzudrehen. Hoch mit dir. Los. Alter. Das Spiel ist gut. Äh. 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 Wieso kann ich da runter? Was? Warum? Äh. Was soll ich hier machen? Oh, hier. Hier. Sehr schön. Medikit. Das werden wir sowieso brauchen. Noch ein paar Mal. Wir haben auch keine Panzerung mehr. Da drüben war jetzt so ein Typ hier. So, wo bist du? Wo bist du? Sichtbefe... Das war echt der Einzige, oder? Echt war das der Einzige? Ich doch. Okay, nein. Ups. Alter, der erschreckt einen. Die erschrecken einen aber echt. Also, äh, man denkt dann echt immer wieder. Man ist jetzt sicher. Und auf einmal kommen sie aus dem Nix. Oh, darin ist eine Granate und ein Medikit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Beides. Ja. Cool. Ich hoffe, es ist mir jetzt keiner. Oh Gott. Gut. Haben wir hier irgendwas? Hier unten dran? Oh, 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 oh. Na? Äh, was? Ach, da ist nix. Okay. Sehr schön. Reflexbooster. Dauerhaft verstärkt. Cool. Das freut mich, aber... Ich möchte auch sicher rauskommen. Weißt du? Das wäre... Sehr lieb. Oh Gott, Leute. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum laufe ich als Typ hier einfach rum und, äh... Oh. Warum kann der nix schlaueres tun? Äh, ja... Pfff, wie jetzt? Hä? Ach, da nach oben kann das sein? Ja, sieht sehr stark dann aus. Äh, warte mal. Da kann ich doch nicht hoch, oder? Wie jetzt? Wie jetzt? Was? Äh. Äh, was? Erlangt ihr echt, dass ich da nach oben komme, oder? Oh. Moment, das war denn da gerade gewesen. An der Tür hier. Äh, an der da. Kann ich denn da... Oh, 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 da muss ja. Oh, komm. Das ist, äh, manchmal spackt das Spiel ein bisschen ab und so, aber... Das ist halt so. Wie jetzt? Ah, okay, da. Ich wollte schon sagen. Da ist ja nix. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Cool. Das freut mich. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Oh. Das war nicht gut. Ich hab gerade ein Medi... Äh, ein Medi-Kid. Äh. Eingenommen. Ja, genau. Was? Okay, komische Geräusche waren gerade da. Ja. Okay. Ganz ruhig, Leute. Willkommen bei... Naru. Oh. Ops. trying to thinking about... Oh, shit. Gut, haben wir den auch, oder? Nee. Da ist noch einer. Netter bist du. Hab ich dich doch. Du Penner. Äh, was? Oh, sehr schön. Munition. Oh Gott, die brauch ich aber echt wieder. Ja, komm. Pistole-Munition hab ich eigentlich voll. Die kann ich auch mal benutzen. Sehr schön, Medikid. Das find ich echt toll, ja? Das, also, Medikids werden gut verteilt. Von der Menge her. Okay. Na ja, was haben wir hier? Nichts. Okay, Razormaus oder so. Ah, da ist schon mal hier. Füllen rein. Okay. Kann ich eigentlich irgendwie, ne? Okay. Macht ja nichts. Gut. Gehen wir weiter. Oh, da. Sehr schön. Hier kommt noch bestimmt... Oh, ja. Hier kommen welche. Oh, ja. Wir haben schon solche Sachen bekommen. Okay. Das ist jetzt... Das ist jetzt kompliziert. Vielleicht glaube ich nur einfach... Ja, wir haben sie schon gesehen. Das war... Oh, schaff! Fick dich doch, Alter. Oh, Gott. Okay. Ich dachte, er hat einen geworfen. Einer ist doch da. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Komm her raus. Das will er nicht mehr. Und. Wo war's das? Sieht so aus. Boah, der eine hat mich jetzt aber echt gut gekriegt. Oh, sehr schön. Was macht er denn? Ich hoffe mal, das war's. Schnell mal alle Munition einsammeln. Den Team brauch ich echt immer. Nehme ich immer sehr gerne an. Ich glaube, da hier unten geht's nicht weiter, oder? Nee. Warum auch? Warum auch? Gut, dann, dann, äh, suchen wir mal weiter. Nach dem Backsten. Nee, nach Jakovski. Genau. Oh, Gott. Nee. Checkpoint wird gespeichert. Das ist immer so ein tolles Zeichen. Da weiß man immer... Oh. Checkpoint. Hab ich gerade... Nee. Äh, äh, Alienware. Ah, der alte Papierkopf von XP. Stimmt. Cool. Die Nahten werden jetzt hochgeladen. Okay. Interessant. Ich habe eine Abwasseranalyse für den Aufsicht. Oh, Abwasser... Okay. Sehr cool. Okay. Wahrscheinlich sind die auch schuld daran. Okay, jetzt mal... Ja, das ist vorsichtiger. Hab ich dich! Scheiße, ne? Ja. Äh, äh, für den Grund, äh, für den Scheiße, weiß ich nicht. Äh, ich hab gleich wieder mit der Tee hoch. Ha, Stunde, ja.